Herzlich Willkommen zu einer neuen Betrachtung aus dem Buch der Sprüche. Wir haben heute den Titel Der Anschein trügt und ich denke, dass der Salomo durch die Weisheit, die ihm Gott gegeben hat, sehr deutlich gemacht hat in seinen Schriften, dass der Mensch sich selbst betrügt. Der größte Betrug, in dem der Mensch lebt, ist der Selbstbetrug. Und dass der Mensch sich nicht Rechenschaft gibt von dem, was er denkt. Er denkt vor allen Dingen von der Wurzel, aus der er denkt. Und diese Erkenntnis ist letztendlich die Weisheit, die Gott dem Menschen geben will. Dass er sich selbst erkennen kann und aus der Blindheit des Selbstbetruges, des Anscheins, dass er meint, er gehe richtig, hervorkommt. Und dafür hat Gott zwei Mittel, die er anwendet, um uns herauszubringen. Es ist auf der einen Seite die Furcht des Herrn, die mir die Blindheit von den Augen reißt. Und es ist auf der anderen Seite die Offenbarung des wahren Weges, auf den ich gehen soll, die mich begleitet, dass ich ans richtige Ziel komme. Der Abschnitt, den wir haben heute in den Sprüchen, beinhaltet einen Text, der uns ein bisschen zum Nachdenken bringen soll. Und ich würde wieder vorschlagen, wir lesen ein wenig davon und machen dann wieder das, was wir verstehen daraus und wie wir es verstehen müssen. Ich lese ab Vers 1 aus Kapitel 14. Vers 1. Vers 1. Wo keine Rinder sind, da bleibt die Krippe sauber. Die Kraft des Ochsen aber verschafft großen Gewinn. Ein treuer Zeuge lügt nicht, aber ein falscher Zeuge spricht Lügen aus. Ein Spötter sucht Weisheit und findet sie nicht. Doch für den Verständigen ist Erkenntnis leicht. Das haben wir uns letztes Mal angeguckt und gesehen. Für den Verständigen sind die Wege deutlich und klar. Der Spötter sucht vielleicht die Weisheit, aber er sucht sie in einer Art und Weise, dass er sie nicht finden kann. Geh weg von dem dummen Menschen, du hörst doch nichts Gescheites von ihm. Die Weisheit lässt die Klugen erkennen, welchen Weg er gehen soll. Aber die Torheit der Narren betrügt sie selbst. Die Toren treiben gespött mit ihrer Schuld unter den Redlichen, aber ist Gottes Wohlgefallen. Das Herz allein kennt seinen eigenen Kummer und auch in seine Freude kann sich kein Fremder mischen. Das Haus der Gottlosen wird zerstört, aber das Zelt der Redlichen wird aufblühen. Mancher Weg scheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. So, wir haben in diesem Abschnitt so manches zu vieles, auf das wir eingehen könnten. Aber wir wollen zunächst auf den Betrug eingehen. Es steht hier, der Mensch meint, der Weg, der er geht, ist richtig. Aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. Und in Vers 8, aber die Torheit des Narren betrügt sie selbst. Die Torheit der Narren betrügt sie selbst. Das heißt, der Mensch lebt letztendlich in einem Selbstbetrug. Das nicht, weil ihn Gott so geschaffen hat. Wir wissen, dass der Mensch am Anfang, als Gott ihn gemacht hatte, in der vollen Kraft seines Verstandes war. Er war am Anfang des Weges, um Weisheit und Erkenntnis zu lernen. Und ihm wurde eine Prüfung aufgegeben. Er musste sich das aneignen, was wirklich ein Gewinn und ein Verlust ist. Und da er ja in diesen großen Kampf zwischen Gut und Böse hineingeboren wurde, hat Gott es möglich gemacht, dass auch der Mensch an einer gewissen Stelle versucht werden kann, betrogen werden kann, wenn er nicht an dem festhält, was Gott ihm sagt. Und wir erinnern uns, dass Gott dem Adam deutlich gemacht hatte, seine Gebote zu halten. Das heißt, sein Gebot war, iss nicht von dem Baum. Iss diese Frucht nicht. Dann hast du Gewinn. Wenn du isst, dann hast du Verlust. Und an dieser Stelle konnte Satan den Menschen verführen. Er konnte ihm am Gebot quasi eine andere Information zukommen lassen und ihn versuchen, indem er sagt, weißt du, ohne Gebot ist es besser. Das heißt, wenn du isst vom Baum, dann wird es dir gut gehen. Dann wirst du Weisheit erlangen. Und wirst du sein wie Gott. Und wenn du nicht isst, das heißt, wenn du bleibst in diesem Zustand, geht dir diese Weisheit verloren. Ich möchte das noch hinzufügen hier auf diese Seite von letztes Mal. Der Verlust im Selbstbetrug bedeutet das Halten der Gebote. Aus diesem Grunde sind die Christen in einer gewissen Not, weil sie meinen, das Halten der Gebote ist ein Verlust. Es ist erstaunlich, wie Satan das bis heute und vielleicht ganz besonders in dieser heutigen Zeit des Christenheit durchgebracht hat, dass der Christ, der sich Christ nennt, das Halten der Gebote als einen Verlust sieht, als unnötig. Der Kampf des Betrugs war immer derselbe, weil es gibt nur an dieser Stelle den Kampf. Nur wer das Gebot Gottes hat und kennt, hat die Weisheit und weiß, was richtig und was falsch ist. Weil der Satan kommt und meint, es ist umgekehrt. Richtig ist es, dass du ohne Gebote lebst. Die Gebote brauchst du nicht und sie zu halten ist ganz abgefahren, wo wir doch unter der Gnade leben. Die Blindheit lässt grüßen. Die Blindheit ist maximal. Aber sie geht noch einen Schritt weiter. Und dieser Schritt ist noch furchtbarer und noch schlimmer. Dass der, der meint, er hält die Gebote und sie doch nicht hält. Der, der meint, die Gebote sind wichtig, sie zu halten. Aber er hat sie nicht verstanden und ist blind gegenüber dem, letztendlich, was das Gebot sagt. So, auf der oberflächlichen Ebene und auf dem nicht so tiefen Betrugs, da ist der Mensch gegen das Gebot, wenn man so will. Er ist betrogen, aber er macht es offensichtlich. Aber auf der Seite des schlimmeren Betruges, des schlimmeren Selbstbetruges, ist der Mensch, der nach außen hin oder der in seinem Bewusstsein überzeugt ist, die Gebote Gottes sind richtig. Aber die Gebote letztendlich nicht kennt, wie sie zu halten sind. Das finde ich den allerschlimmsten Selbstbetrug. Und wir haben viele Beispiele davon in der Schrift. Und ich gehe zurück zu einem grundsätzlichen Bibeltext. Der uns helfen soll, dass wir erkennen, dass wir, auch wenn jemand an der Oberfläche oder im Bewusstsein meint, die Gebote sind wichtig, er etwas berücksichtigen muss. Was ihn aufmerksam machen muss, dass er nicht trotz der Meinung erhält, die Gebote, dennoch ein völliger Gesetzesübertreter ist und somit im Selbstbetrug lebt. In Jeremia 17, Vers 9, da haben wir diesen Bibelvers, der so tief hineinblicken lässt in unser Herz. Und er sagt so, Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig, wer kann es ergründen? Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig, wer kann es ergründen? Hier, wenn man dieses und bösartig, kann man übersetzen, auch arglistig oder unheilbar ist das Herz des Menschen. Nun, auf wen verlässt sich das Herz des Menschen in diesem Zustand? Es verlässt sich auf sich selbst. Deshalb ist der größte Selbstbetrug, in den der Mensch fallen kann, sich auf sich selbst zu verlassen. Zu meinen, er hätte den Maßstab für seinen Gang, für das, was Gewinn oder Verlust, richtig oder falsch ist, in sich selbst. Und auch dann, wenn er meint, er richtet sich nach etwas nach außen, verlässt er sich dennoch auf sich selbst. So das Herz des Menschen ist betrügerisch und unheilbar bösartig. Siehst du das? Siehst du das auch in deinem Herzen? Oder meinst du, dein Herz ist anders? Ich kann das an meinem Herzen erkennen, dass je mehr ich mit Gott gehe und in, ich sage jetzt mal, in seiner Furcht wandle und in Suche, umso deutlicher wird mir der Betrug und die Unheilbarkeit meines Herzens. Je deutlicher erkenne ich die Not nach einem Erlöser, dass ich aus meinem betrügerischen Herzen herauskomme und ich mich nicht mehr mit dem Guten betrüge. Der Betrogene ist der, der sich aufs Gesetz verlässt, der meint, er hält das Gesetz, aber letztendlich hält er es doch nicht, weil irgendwo eine Blindheit, ein Schleier von seinen Augen liegt und er das Gesetz nicht verstehen kann. Dafür ist uns das Volk Israel ein abschreckendes Beispiel. Sie hatten das Gesetz, sie hatten die Tora und sie meinten, sie stützten sich darauf, aber die Bibel sagt, sie hatten eine Decke über ihrem Kopf, wenn sie das Gesetz lasen. Das heißt, sie konnten nicht verstehen die praktische Ausübung desselben. Deshalb waren sie überzeugt von dem Weg, den sie gingen und wussten nicht, dass er sie direkt in den Tod führte. Sie waren überzeugt, sie haben es verstanden, aber sie sahen, als das Gesetz personifiziert kam in Christus, haben sie es nicht erkannt und abgelehnt und ans Kreuz genagelt. In der Absicht, das Gesetz zu halten, ich finde, das ist der schlimmste Selbstbetrug. Der reiche Jüngling ist ein Vorbild davon, ein typisches Beispiel, der behauptete, ich halte dieses Gesetz von Jugend auf. Dabei war keines dieser Gebote der Inhalt seines Lebens. Weil er nur eine Schale verstanden hat und nicht die Essenz. Weil er nur die Form äußerlich hielt, aber nicht verstanden hatte, dass die Form zu einem Inhalt kommt. Und dass die Form ohne Inhalt sinnlos ist. Aber das hat er aus der Kindheit nicht verstanden. Aber als Jesus zu ihm kam und ihm die Schuppen vom Auge eröffnet, wegnahm und ihm seine Augen öffnete und sagte, Ja, dir fehlt noch eines. Dir fehlt noch eines. Und das hast du nicht. Verkaufe alles, was du hast, damit du das eine hast, den himmlischen Schatz. Durch das Verkaufen erst seiner Güte hätte er bewiesen oder hätte er das Gesetz umgesetzt, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber da, und das wollte er dann nicht und blieb bei seinem irdischen Schatz. Ihm betrug wahrscheinlich, dass Jesus doch nicht der Messias ist und dass er ihm das jetzt aufträgt. Mit welcher Autorität sagt er ihm das? Oder was auch immer durch seinen Kopf gegangen ist, sein irdisches Herz hat ihn betrogen. Und er hat darauf gehört, anstelle auf die Stimme seines Heilandes und seines Erlösers. So, lasst uns diesen ersten Gedanken zusammenfassen. Manchem scheint ein Weg richtig. Für den reichen Jüngling schien er richtig. Bis er Heiland getroffen hat und bis dieser ihm einen anderen Weg zeigt. Und er wollte nicht den anderen Weg gehen, also ist er auf dem Weg geblieben, der ihn zu Tode gebracht hat. Der Selbstbetrug. Im Gesetz zu sein. Oder wie viele Christen sagen, ich bin in der Wahrheit. Ich bin schon 50 Jahre in der Wahrheit. Aber sie haben die Wahrheit nicht verstanden. Sie haben nicht erkannt, dass die Wahrheit das Ausleben der Liebe ist. Sie haben gedacht, die Wahrheit ist das Ausleben einer Form, einer Glaubenspunkte. Sie haben vergessen, dass diese Glaubenspunkte gebunden sind an eine Kraft und das ist die Liebe. Es ist erstaunlich, wie betrügerisch man sein kann in seinem Herzen, dass man auf der einen Seite eine richtige Doktrine hat, eine richtige, ich sage jetzt mal, Lehre, aber im Leben völlig falsch sein kann. Das heißt, du kannst das Richtige behaupten, du kannst das Richtige sagen, das, ich meine, theoretisch richtig ist, aber du kannst in derselben Stelle es gar nicht tun oder du tust genau das Umgekehrte, weil du nicht verstanden hast, dass die richtige Lehre eine Kraft hat und dass die nicht getrennt werden kann voneinander. Und das ist die Liebe. Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. Und solange wir denken, wir sind Christen, aber man kann uns noch ärgern, man kann uns noch aus der Ruhe bringen, haben wir die Weisheit noch nicht in der Gänze erkannt. und wir haben den Weg noch nicht zu Ende gegangen des Heils. Wir mögen auf ihm sein, aber lasst uns eine Warnung sein, dass wir noch nicht angekommen sind. Solange ich eine richtige Lehre habe, aber mein Wandel entspricht nicht des Ausdrucks der Liebe Gottes und die Lehre und der Inhalt der Lehre ist zu meinem Leben geworden, ist das der schlimmste Betrug, in dem ein Mensch sein kann. Er meint, er ist auf dem richtigen Wege. Er ist in der richtigen Kirche. Er ist in der richtigen Gruppe von Menschen. Er hat die richtige Lehre, hat aber den falschen Geist. Er hat aber die falsche Art zu leben. Das muss furchtbar schlimm sein. Und da bin ich aufgewachsen mit. Und ohne Gottes Hilfe kommt keiner zur Weisheit, keiner zur Erkenntnis. Kein einziger. Aber Gott ist gnädig, so wie er dem reichen Jüngling Jesus schickt, so wie er allen anderen Menschen in irgendeiner Weise begegnet und ihnen einen neuen Weg öffnet, so kommt er auch zu dir und zu mir. Und wir haben dann die Möglichkeit, es anzunehmen oder abzulehnen. Aber es ist schwer, wenn du als gebotgläubig dich siehst und jemand kommt zu dir und erklärt dir, dass du das Gebot in deinem eigenen Leben doch nicht hältst. Weil du irgendwelche Dinge in deinem Leben offensichtlich sind, die deinen Irrtum verraten, der ist schwerer zu erlösen wie der, der offensichtlich das Gesetz verleugnet. Ich habe es schwieriger, einen strenggläubigen Menschen, der zum Gesetz steht, zu überzeugen, dass er ein Gesetzesübertreter ist, wie denjenigen, der gegen das Gebot ist und sagt, ich brauche es nicht mehr zu halten, aber ich kann ihm beweisen, dass es doch haltbar ist. Für ihn ist es leichter, wenn er in der Entscheidungsphase kommt, es anzunehmen. Das ist eine der traurigsten Sachen. die Heidinnen, die Völker rumrum, die Städte rum, wo Jesus ging, außerhalb von Israel, dort, wo er an die Grenzen ging, dort finden wir, dass Menschen ihn annahmen. Viel leichter. In Samaria muss er kein Wunder tun, außer, dass er der Frau ihre Geschichte erzählt hat, am Jakob sprungen und er blieb dort und die Leute gingen, er ging weg nach zwei Tagen und die Leute sagten in Samaria, das ist wahrhaftig der Messias, der Sohn Gottes und das ohne, dass er irgendein Wunder getan hatte. Wir glauben jetzt nicht, weil du gesagt hast, sondern wir glauben, weil wir es selber gesehen und gehört haben. Und dann geht er nach Jerusalem oder geht er in die Synagoge von Nazareth, wo er aufgewachsen ist oder Kapernaum, wo auch immer und er versucht, den rechtgläubigen Juden zu sagen, dass ihr Weg einer ist, der verkehrt ist und sie stoßen ihn ab und kreuzigen ihn oder wollen ihn steinigen, bevor sie ihn kreuzigen. Ist das nicht katastrophal? Jesus sagte in seiner Rede dort in Nazareth, es waren viele Aussätzige in Judah oder in Israel, aber keiner wurde geheilt außer Naaman der Syrer. Es gab viele Witwen zur Zeit Elias, aber zu keiner hat er sie hingesandt, den Elias, sondern zu der Fremden. nach Sarebta. Das muss hart gewesen sein für die Juden damals, dass sie ihres Unglaubens Willen, ihrer Verstockten, ihrer Blindheit ihres Herzens so weg waren, dass sie das Licht, das Angebot einen Propheten zu haben und geheilt werden zu können, gar nicht annahmen. Deshalb sehe ich sehr traurigen Herzens auf diejenigen, die in ihrer Rechtgläubigkeit vielleicht auch Recht haben, aber sie hören nicht auf zu streiten. Dann ist ihre Rechtgläubigkeit durch den Streit zunichte gemacht und ihre ganze Lehre und die Rechthaberei wird in den Müll geschmissen. Das ist katastrophal. Aber darüber werden wir in der nächsten Betrachtung sprechen, wenn es darum geht, um den Streit. Lasst uns einen Schritt vorwärts gehen in der Betrachtung unseres Lebens. Wir wollen, also ich will nicht am Ende von meinem eigenen Selbstbetrug sterben, leben, sondern ich will leben und ich bin Gott dankbar, dass er in meinem Leben so vieles bewegt, so viele Schwierigkeiten und Anfechtung bringt, dass ich sehe, wie ich das Gesetz übertrete, dass ich erkenne, wo ich ein Übertreter des Gesetzes bin, obwohl ich es ja meine zu halten und das von Kindheit auf, so dass ich es korrigieren kann, dass ich es korrigieren kann. So lasst uns ein wenig die Frage stellen, was ist Weisheit? Wir sprechen jetzt schon mal seit fünf Betrachtungen über diesen Begriff Weisheit. Was ist Weisheit? Was ist Erkenntnis? Um es auf einen klaren Nenner zurückzubringen. Für mich Weisheit braucht ja ein Tier nicht in dem Sinne. Es hat eine gewisse Intelligenz. Aber Intelligenz und Weisheit sind unterschiedliche Sachen. Sie sind verwandt, wenn man so will, aber sie sind nicht dasselbe. Und ich möchte es deshalb am Tiermodell erklären. Ein Tier kann gewisse Dinge lernen zu tun. ein Tier kann kann man trainieren, man kann es ausrichten, abrichten, dass es das tut, was man will, dass es tut. Und es lernt es. Und man braucht manchmal es irgendwie zu locken dafür, bis es lernt. aber man kann ein Tier dessen Intelligenz nutzen, damit es gewisse Dinge tut. So nutzt man die Elefanten oder wer auch immer für gewisse Arbeiten. Jetzt ist die Frage, was ist dieser Unterschied zwischen Intelligenz und Weisheit? Wir haben ja auch in uns selbst als der Mensch ist intelligent. Und man macht so in der Wissenschaft den IQ, den Intelligenz Quotienten. Und da schneiden welche super ab. Und man denkt, dieser Intelligenz Quotient ist letztendlich so entscheidend wichtig. Aber wisst ihr, wenn diese Intelligenz Quotienten nicht gebunden ist, an etwas anderes. Die Wissenschaft nennt das heute in einem, ja, ich sage jetzt mal widersprüchlichen Begriff emotional intelligence. Emotionale, weil sie es mit der, mit dem, ja, Gefühlsleben so ein bisschen verbinden wollen oder mit der, ich würde sagen, es ist so eine Fake, also der Weisheit. Was sie ausdrücken wollen ist, die Intelligenz hilft dir nicht alleine, du musst auch weise sein, aber sie gehen halt mit diesem Begriff der Emotionen um und der Gefühle denken, dass die Weisheit letztendlich gefühlsbedingt ist. Das ist natürlich ein Betrug, aber man versucht natürlich dahin zu kommen und zu sehen, Intelligenz allein nützt nichts, ich brauche auch, ich brauche Weisheit. Und für mich ist Weisheit ganz einfach, die Fähigkeit zu unterscheiden zwischen Gewinn und Verlust, das ist im Unterbewusstsein, an der Oberfläche, im Bewusstsein ist es, die Fähigkeit zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Weil letztendlich ist das, was Gewinn ist, etwas Gutes. Anders ausgedrückt, das Gute bringt immer Gewinn. Das Böse bringt immer Verlust. Das sind die zwei, das ist das Verhältnis vom Bewusstsein, ich sage es mal, zum Unterbewusstsein. So, das Böse bringt Verlust, das Gute bringt Gewinn. Habe ich diese Fähigkeit zu unterscheiden zwischen den beiden, dann weiß ich, tue ich das Gute, bin ich immer im Gewinn. Tue ich das Böse, bin ich im Verlust. Ich schreibe es vielleicht in Worten auf, dann können wir es besser merken. Was ist Weisheit? Weisheit ist Unterscheidungsfähigkeit, Unterscheidungsfähigkeit, wenn man so will, zwischen Gut und Böse. Wissend und das ist wichtig, wissend Gut bringt Gewinn. Das Böse bringt Verlust. So, das Böse bringt den Verlust und das Gute bringt den Gewinn. Wir sind gemacht worden zum Gewinn. Das haben wir alle verstanden. Und wir sind gemacht worden, das Böse zu vermeiden. Das ist so, wie uns Gott geschaffen hat. Damit wir das Böse tun können, das habe ich häufig gesagt und ich muss immer wieder wiederholen, dass wir das richtig verstehen, muss uns der Böse müssen 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 wir bewusst oder müssen wir betrogen werden, dass es uns Gewinn bringt. Sonst können wir es nicht tun. Und damit wir das Gute nicht tun, müssen wir betrogen werden, dass das Gute Böse ist. Deshalb finden wir in der Heiligen Schrift, dass die Weisheit diese Unterscheidungsfähigkeit ist zwischen Gut und Böse. Das heißt, wir haben die Fähigkeit zu wissen, was bringt uns jetzt den Verlust und was bringt uns den Gewinn. Verdreht man die Sache, werden wir immer umgekehrt sein, das eine tun und das andere lassen. Wir können nicht beides gleichzeitig. Das heißt, der Böse muss uns die Werte so verändern, dass wir das Gute Böse heißen und das Böse gut. Sodass wir dann von unserem Herzen aus, wo wir den Gewinn haben wollen, Guten, das Böse tun. Ich habe das versucht letztens zu erklären mit der Heirat, mit der Nicht-Heirat, das Gebot halten oder nicht halten oder man will ja den Verlust vermeiden, also denkt man, man kann auch ohne das Gebot leben. Als der Salomon für Weisheit betete, da wollte er ein verständiges Herz. Wir haben den Text, eine Lektion, dass er versteht, dass er unterscheiden kann, dass er richten kann beim Menschen, was ist böse und was ist gut. Diese Unterscheidungsfähigkeit, das eine bringt immer Verlust und das andere bringt immer Gewinn. Und denke ich aber, dass das mir Verlust bringt, kann ich es natürlich nicht mehr tun. Und dass das mir Verlust bringt oder das mir Gewinn bringt, dann werde ich es immer wieder tun. Weisheit ist die Unterscheidungsfähigkeit von dem, was mir Gewinn oder Verlust bringt. Das ist alles. Ein Tier hat eine Intelligenz und es muss auch zwischen Gewinn und Verlust unterscheiden. Es hat auch eine Fähigkeit zur Unterscheidung. Aber was das Tier nicht hat im Vergleich zu Menschen ist die Verantwortung. Die Verantwortung für das, was es tut. Die Verantwortung für seine Wahl hat das Tier nicht. So die Weisheit ist nicht nur die Unterscheidungsfähigkeit an sich, sondern das Bewusstsein das Bewusstsein meine Entscheidung ist meine Verantwortung. Meine Entscheidung ist wird von mir als zur ich werde zur Verantwortung gerufen. Sie ist nicht ohne Konsequenz auch für das Tier nicht. Wenn das Tier einen Weg geht, hat es eine Konsequenz, aber keine moralische. Das Tier hat keine moralische Konsequenz. Es ist nicht verantwortlich für was es tut. Auch wenn es selber die Unterscheidungsfähigkeit hat, nach links und nach rechts zu gehen. weil das Tier die Begriffe Gut und Böse nicht hat. Die sind nur den Menschen gegeben. Nur der Mensch kennt Gut und Böse. Nur der Mensch hat die Fähigkeit zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Das Tier nicht. Weil das Tier keine Moral, nur der Mensch hat Verantwortung. Deshalb ist ja der Salomo von Gott so gelehrt worden und er versucht uns in seinen Schriften deutlich zu machen. Du Mensch bist verantwortlich von dem was du tust. Das Tier nicht. Das setzt du, das tut irgendetwas. Es muss nach Gewinn und Verlust gehen. Aber es weiß nicht, was gut und böse ist. Du aber als Mensch weißt es. Weil wenn du das Böse wählst und denkst dadurch zum Gewinn zu kommen, dann hast du dich betrogen. Du wirst nämlich Rechenschaft abgeben dafür. Und du lässt dich betrügen. Du weißt was gut ist. Beispiel. Aber du denkst es ist böse und tust es nicht. Dann wirst du dafür zur Verantwortung gezogen. Der Mensch ich denke Weisheit ist eine klare Unterscheidungsfähigkeit zwischen Gut und Böse. Weil ich Verantwortung habe. ich muss aber wissen das Böse bringt mir Verlust und das Gute bringt mir Gewinn. So ich hoffe dass wir das verstanden haben was Weisheit bedeutet an der Wurzel. An der Wurzel bedeutet es da ich ein moralisches Wesen bin und verantwortlich für den Gewinn und den Verlust verantwortlich für das was ich tue oder nicht tue wofür ich ja sage und wofür ich nein sage muss ich die Erkenntnis haben von Gut und Böse ich muss es aber verbinden dass ich genau weiß wenn ich das Böse tue ist es Verlust wenn ich das Gute tue ist es Gewinn und sicherlich umgekehrt deshalb ist der einzige Weg den Menschen in die Irre zu führen diese beiden Dinge gut und böse zu vermischen dahin zu bringen dass der Mensch nicht durchblicken kann und kann er nicht durchblicken dann zerstört er sich letztendlich selbst weil Gott kann für ihn nicht denken und nicht wählen Gott kann für ihn nur die Maßstäbe festsetzen deshalb finden wir ja immer wenn Gott den Maßstab hoch sagt und sagt oh dass du meine Gebote halten mögest und ich habe darüber glaube ich letztens mal ein bisschen gesprochen oh dass du ein Herz hättest das mich fürchten würde und meine Gebote halten dass es dir und deinen Nachkommen gut gehe für immer das ist eine Losung die ich bekommen habe aus einer der Gemeinden in Rumänien für dieses Jahr 2015 und es ist ein eine Losung die mich trief ins Herz bewegt und getroffen hat oh dass du ein Herz hättest das mich fürchtet die Furcht des Herrn bewahrt mich das Böse zu tun und dass meine Gebote hält das heißt du tust und lebst die Liebe aus damit es dir gut gehe und deine Nachkommen für immer das ist der Weg so einfach ist er aber wenn der Betrug eintritt wird er plötzlich zu einem schweren Weg so möchtest du Weisheit lernen möchtest du klug sein dann kannst du zwei Dinge verbinden dann kannst du und lernst du was böse ist weil es dir Verlust bringt und dann lernst du was gut ist um es zu tun weil es dir Gewinn bringt wir können immer nur das tun was uns Gewinn bringt immer nur das und vermeiden das was uns Verlust bringt so haben wir die Verknüpfung falsch tun wir etwas was wir denken bringt uns Gewinn aber es ist böse dann wird es uns Verlust bringen auch wenn wir uns getäuscht haben dass es ein Gewinn wäre reiche Jüngling dachte sein irdischer Gewinn ist für ihn ein Gewinn Jesus sagt ihm gib ihn weg an die Armen und du wirst großen Gewinn haben aber er konnte es nicht tun weil er konnte nicht glauben dass das weggeben besser ist wie das behalten er konnte es einfach nicht umsetzen nicht weil er hätte nicht gekonnt sondern der zweifel in seinem herzen hat ihn trotz der liebe Jesu die Jesu zu ihm hatte trotz der klaren Einladung trotz der klaren Informationen die er wahrscheinlich schon aus anderen Quellen über Jesus und über das die Wahrheit hatte hat er nicht angenommen so was hindert uns kluge Menschen zu werden und weise Menschen zu werden das größte Hindernis das größte Hindernis das auch hier der Salomo beschreibt in den Sprüchen ist das was tief in unserem Herzen ist die Unbelehrbarkeit wenn ich Gott bin wer will mich lehren welches der Maßstab ist wenn ich Gott bin wer will mir sagen wo der Weg lang geht wisst ihr die große Sache ist hier im Kapitel 15 Abvers 31 ein Ohr das auf die Zurechtweisung zum Leben hört wird sich gern inmitten der Weisen aufhalten ein Ohr das auf die Zurechtweisung zum Leben hört wird sich gern inmitten der Weisen aufhalten wer die Unterweisung verwirft verachtet seine Seele wer aber auf Zurechtweisung hört erwirbt Verstand die Furcht des Herrn ist die Schule der Weisheit und der Ehre geht Demut voraus so was ist der Punkt der am schwierigsten ist für uns Menschen in der Irrtum unseres Herzens was wird uns am meisten Kampf bedürfen um den richtigen Weg zu gehen was wird es sein steht hier auf Zurechtweisung zu hören und Zurechtweisung ist Korrektur jemand sagt dir Junge du gehst falsch und du sagst nein ich kann nicht falsch gehen du nimmst die Zurechtweisung die Korrektur die Ermahnung eines anderen oder des Wortes Gottes nicht an weil du denkst du weißt es besser das größte Hindernis weise zu werden ist sich korrigieren zu lassen ist der Stolz warum geht der Ehre Demut voran warum ist Demut etwas was auf dieser Welt und unserem Leben so entscheidend ist dass wir weise werden weil die Demut macht uns in der Lage zu sehen unsere Not wir sind nicht Gott wir sind nicht so wie wir uns das vorstellen dass wir ich bin Gott ich kann alles mir geht alles richtig die Demut ist deshalb das Gegenmittel für den Stolz deshalb ist deshalb allerschwierigste würde ich sagen den Menschen zurecht zu weisen oder letztendlich gesagt das ist die Methode weil die Zurechtweisung der Mensch ablehnt weil er nicht sich weil er in seinem Stolz denkt er hat es doch alles richtig verstanden ich lerne das in meiner Praxis Tag für Tag ich muss meinen Patienten wenn er gesund werden soll muss ich ihm eine Weisung geben aber ich muss ihn letztendlich zurecht weisen das heißt er ist irgendwo vom Weg abgeirrt nicht weil er wusste den Weg weil es nicht wusste und ich muss ihm zeigen dieser Weg den du gehst der ist falsch er macht dich krank möchtest du ihn weiter gehen auch wenn du denkst er ist richtig ich muss zurecht weisen aber ich habe schon so oft es falsch getan weil man meint man müsste das so klar und deutlich und dem Menschen das vor die Füße werfen und ich habe verstanden wenn die Zurechtweisung in einer gewissen Art geht dann wird sie abgelehnt bis es ist nicht einfach einem stolzen Menschen zu erklären dass er irgendwo sich verirrt deshalb ist der Hochmut die größte Plage die der Mensch hat ich weiß es ich weiß es besser und ich lasse mich nicht belehren und belehrt man den Menschen und weist ihn zurecht mit Liebe und mit Erkenntnis dass er die Schwierigkeit hat das anzunehmen weil es seinen Stolz direkt angreift muss es so dargestellt werden es muss so ans Herz herangebracht werden wie Jesus das getan hat ohne diesen Stolz zu reizen sondern man muss ihm erklären das ist die Blindheit seines Herzens und wenn man mit Gottes Gnade gut erklärt so hat man nicht zumindest die Chance verpasst dass dieses Herz erleuchtet wird sonst sagt man ihm die Wahrheit und man trifft direkt auf den Stolz und man macht das Ding kaputt und der andere hört einem nie mehr zu obwohl man es war sozusagen gesagt hat aber man hat nicht Rücksicht genommen dass das Herz des Anderen mit der Zurechtweisung ein großes Problem hat deshalb sagt der Weise den Spötter nicht zurecht es Dummheit den Spötter zurecht zu weisen derjenige der den Weg absichtlich ablehnt derjenige der meint er ist ganz richtig und du gehst in einen Streit mit ihm und willst ihn zurecht weisen ist pures Versagen oh wie häufig habe ich es getan hoffe der Herr bewahrt mich dass ich es noch tue aber die Gefahr besteht weil mein Stolz mich betrügt ich sehe die Klarheit ich weiß was richtig ist und ich sage es und ich sage es dem Spötter er wird über mich lachen und mit Spötter sind manchmal die Weisen dieser Welt gemeint die es alles besser wissen so weise sie nicht zurecht weise aber den Weisen zurecht weise den zurecht der lernen will der der in seiner Demut erkennt seine Not und er wird dir es zugute rechnen zurecht weisung ist etwas ist der Weg Weisheit zu lernen weil die zurecht weisung erklärt mir das Böse oder nicht deshalb spielt die Furcht des Herrn so eine starke Rolle in diesem ganzen Erkenntnis gewinnen weil die Furcht des Herrn sagt uns wir haben das hier letztens gesehen die Furcht des Herrn sagt uns wir sind Geschöpfe aber vor allen Dingen sagt uns die Furcht des Herrn das Böse die Sünde das Böse wird vernichtet und wenn du mit dem Bösen verbunden bist wenn die Sünde dir anklebt wirst du mit der Sünde vernichtet werden die Sünde wird vernichtet werden Gott wird die Sünde nicht weiter existieren lassen in seinem Reich sein Gericht wird die Sünde entfernen aber da die Sünde ja nur gebunden ist an einen Menschen so wird der Mensch auf dem die Sünde klebt der sie tut mit der Sünde vernichtet sein deshalb musste das Lamm Gottes kommen um die Sünde von uns wegzunehmen weil Gott wird die Sünde vernichten zu Recht und mit großer ich sag jetzt mal Hass weil er muss die Sünde hassen er muss die Lieblosigkeit das was heute auf dieser Welt passiert das muss Gott ein Gräuel sein und es ist auch uns ja schon ein Gräuel die wir im Bilde Gottes geschaffen sind das muss vernichtet werden das weiß der Gerechte das weiß das wissen wir so die Frage ist wenn die Furcht des Herrn mir deutlich macht das Böse wird vernichtet dann muss ich mich ja vom Bösen trennen sonst wird Gott mich zusammen mit dem Bösen vernichten deshalb steht hier die wunderbaren Worte die Furcht des Herrn ist die Schule der Weisheit und der Ehre geht Demut voraus wer die Unterweisung verwirft verachtet seine Seele verwirfst du Verachtung verwirfst du Zurechtweisung und verachtest sie möchtest du Menschen um dich herum haben die dich zurechtweisen oder möchtest du Menschen um dich herum haben die dich loben die dich schmeicheln die dir sagen oh wie toll du bist was willst du wenn du klug bist dann bittest du sogar die um dich herum sind dass sie dir deine Fehler sagen dann bittest du deine Kinder deine Jugendlichen und sagt wenn du es siehst hab keine Angst es mir zu sagen weil ich möchte Zurechtweisung lieb haben ich kann mich selbst nicht immer ganz sehen aber du siehst es du siehst wo ich fehle sag es mir es mag meinem Stolz wehtun aber sag es mir öffne dich deiner Umwelt und sei willig von ihnen dir die Fehler aufgenannt zu werden ja das stört deinen Stolz aber es ist unheimlich wichtig es ist nämlich heilsam für dich dass du das lernst heilsam sonst lernst du es nie so möchtest du zu Rechtweisung lieben vielleicht noch als ich meinen Kindern gesagt habe und meine Frau wenn immer sie mich geärgert sehen dürfen sie mich sofort ansprechen dass ich jetzt nicht richtig bin und ich möchte Gott dankbar sein für jeden Menschen der mich zurechtweist ich muss es prüfen ob die Zurechtweisung richtig ist oder nicht ja ich muss vor Gott gehen und mich demütigen und sagen Herr stimmt es wirklich was dieser Sohn über mich sagt oder dieser Tochter oder dieser Fremde der mich zum ersten Mal sieht ist der Eindruck den ich ihm überlassen habe der richtige dann will ich das unbedingt ändern Weisheit kann man nur lernen wenn man Zurechtweisung liebt deshalb sagt die Sprüche der sich korrigieren lässt der ist unter den Weisen der hört den Weisen gern zu der hört zu denen die ihnen seine Fehler offenbaren weil sie sind ich würde sagen die Boten Gottes auch wenn sie es nicht immer richtig sagen ich meine mit der rechten Haltung die vielleicht nicht so wehtut ganz egal wie mir jemand die Wahrheit sagt ich und mich zurecht weist ich möchte auf die Zurechtweisung hören koste es mich was es wolle lieber zurechtgewiesen werden und die Blindheit meiner Fehler sehen als so zu bleiben wie ich bin möchte abschließen mit einem Zitat aus diesem schönen Buch Schritte zu Jesus oder der Weg zu Christus aus dem Kapitel 5 der zweite Absatz der Kampf gegen das eigene ich ist der größte Kampf der jemals ausgefochten wird sich selbst hinzugeben als dem Willen Gottes zu übergeben alles dem Willen Gottes zu übergeben kostet Überwindung aber erst wenn die Seele sich Gott unterwirft kann sie zur Heiligkeit erneuert werden erst dann so wir haben nicht mit unseren Mitmenschen zu kämpfen nicht mit denen die uns zurecht weisen sondern wir haben mit unserer eigenen Blindheit unseres Herzens mit diesem blinden Auge das uns das Böse als gut darstellt und das gut als böse was uns dieses Mix durcheinander bringt was uns meint dass wir uns auf uns verlassen das uns betrügt indem wir meinen wir sind auf einem richtigen Weg dieses Ding muss aus unserem Leben entfernt werden sonst haben wir die Weisheit nie erlangt und die zwei Mittel ist auf der einen Seite die Furcht des Herrn Meiden des Bösen das Böse ist Verlust das muss mir die Furcht des Herrn offenbaren und auf der anderen Seite die Gebote Gottes die mir anzeigen die Liebe ist das Leben die Ausübung dieser Liebe ist die Erfüllung des ganzen Wesens Wenn wir die zwei Dinge tun und lernen wird Gott uns zum Ende bringen eines Tages und wir werden unter denen stehen die erlöst sind weil wir das Ich willig waren aufzugeben den Stolz willig waren aufzugeben auch wenn es was gekostet hat und wir waren willig wir waren willig zurechtweisung anzunehmen auch wenn sie kam von Menschen die vielleicht schlimmer sind wie wir aber wir haben und nehmen sie an weil wir wollen nicht in der Blindheit eines trügerischen Lebens weitergehen wir wollen nicht den Anschein geben dass wir betrogen sind oder wir wollen nicht in einem Anschein leben wir wollen die Realität wir wollen eines Tages den Ruf hören komm du treuer Knecht geh ein zu deines Herrn Freude Ruf Ruf will ich hören aus dem Munde meines Vaters im Himmel und deshalb muss ich heute zurecht weisung annehmen Ich muss heute willig sein meinen Stolz in den Sand zu werfen und Demut zu lernen bis ich völlig vom Stolz frei bin und nur noch demütig dann wird Gott einen guten Diener haben der fähig ist vielen Menschen die gute Botschaft der Erlösung des Heils zu bringen willst du dieser Bote sein willst du in deinem Haus in deine Familie in deine Gemeinde in deine Gesellschaft wo du gehst ein Bote des Heils sein willst du diese drei Dinge in deinem Leben haben die Furcht des Herrn die Willigkeit immer zu lieben was auch immer kommt und zur Rechtweisung anzunehmen von wem auch immer sie kommt dann wird es unumgänglich sein dass Gott dich benutzt und mich zu einem wunderbaren Werk des Segens unserer Mitmenschen lasst uns wählen diesen Weg zu gehen er ist einer des Kampfes wie wir gesehen haben mit uns selbst nicht mehr mit anderen aber er ist einer der uns am Ende nicht zum Tode führt sondern zum Leben Amen